Hey Kinders, was geht bei euch ja? Willkommen zum Gewinnerauszählungs-Giveaway-Gedöns. Wir fangen wie immer ganz unten an und nähern uns dann der höchsten Waffe. Somit beginnen wir mit der Glock 18 Bansenburner, mit der Waffe, an der man sich krass verbrennen kann. Diese Waffe hat gewonnen, in die Liste gucken, da oben steht's, Great Soldier. Viel Spaß mit der Waffe, Great Soldier. Ich hoffe, du kannst die Waffe gut spielen. Ich spiele Glock eher schlecht bis gar nicht. Kommen wir zur zweiten Waffe, der Farmer Survivor Sea. Ihr wisst ja noch, mit den Kratzern drin vom echten Kampf, pipapo. Diese Waffe hat gewonnen, Pikachu 05-01. Pikachu, kannst du überhaupt mit Waffen schießen? Du machst doch Elektroschocks und so. Viel Spaß mit der Wumme. Ich sag euch gleich, wie die ganze Geschichte abgewickelt wird, also wie ihr dann an eure Waffen kommt. Da kommen wir auch schon zur dritten Waffe, es ist die Aug-Rikuchet. Ich hab grad Ultra geschmuckt, hab das gesehen. Oho, krass. Die Aug-Rikuchet wurde gewonnen von Lycrae. Lycrae, du altes Ei. Gestern war er noch im Stream und heute gewinnt er schon eine Waffe. Ich fass es nicht. An der Stelle sei noch mal erwähnt. Wenn ihr euch sagt, Alter, ich hab hier auf YouTube so wenig Chancen, weil ich gegen 500 andere antreten muss, kommt ihr in den Livestream. Im Moment hab ich maximal 40 Zuschauer, von denen auch maximal die Hälfte mit reinentert, wenn es um einen Skin geht. Und es gibt bei mir jeden Livestream einen Skin zu gewinnen. Ich streame jeden Dienstag und Donnerstag ab 19.30 Uhr. Alle Infos zu meinem Twitch-Kram stehen aber auch hier in der Videobeschreibung. Lycrae, viel Spaß mit der Wumme. Ich nehm einfach mal an, dass du sie spielst. Lycrae hört sich an wie Ricochet. Also das hat irgendwie, das ist ja eigentlich der gleiche Wortstamm. Das ist ja Wort verwandt eigentlich schon. Das ist ja eigentlich dasselbe Wort. Und da kommen wir auch schon zur Statrack P2000 Oceanic. Denkt dran, die ist Factory New. Sie ist Factory Neve. Diese Waffe hat gewonnen Dr. Agonius. Dr. Du alter Schlitzohr. Mensch hey. Da hast du jetzt aber was geleistet, Doktor. Das ist schon eine gut. Wunderschöne Waffe. Die Statrack PP Bison Water Sigil Sigil Nigel ist die nächste Wumme, um die es geht. Der nächste Skin. Ich geb euch, wie gesagt, schon 50 Kills mit. Komm, lass es 60 sein. Der Mensch, der diese Waffe gewonnen hat, nennt sich auf YouTube Krylot V2. Krylot, bist du es oder ist es jemand anderes, der sich halt Krylot V2 nennt? Ich weiß auch nicht. Ich kenn mich da nicht so gut aus. Pass auf, die Waffe ist nass. Und da haben wir auch schon die Autogrammierte Waffe. So nennt man das. Das ist doch ein richtiges Wort. Und ihr werdet es nicht glauben, wer diese Waffe gewonnen hat. Es ist... Mark Steine Ente. Oder Mark... Ich sag immer Mark Steine Ente, aber auf YouTube hast du zwei E drinstehen. Mark Steine Ente. Viel Spaß mit dem Autogramm Skin. Ich hoffe, du spielst ihn aktiv. Das ist auch eine Statrack Waffe, da kannst du easy ganz, ganz viele Kills drauf machen. Und ja, ich hoffe, du hältst sie in Ehren. Monsieur, in Ehren. Und schon sind wir bei der P250 Wing Shot angelangt. Es ist ja gleich wieder vorbei. Krass. Diese extrem coole Waffe. Labert nicht. Die ist cool. Okay. Wurde gewonnen von Monsieur, Psycho, Psycho. Viel Spaß mit der Waffe. Ich klatsche mal so ein bisschen mädchenhaft in die Hände. Vielleicht hole ich mal gerade einen runter. Man weiß es. Ihr alten Ferkel. Psycho. Viel Spaß mit der Wum. Gleich geht es weiter mit den letzten drei Waffen, die gewonnen wurden. Aber ich will euch jetzt schon mal sagen, wie ihr an die Waffen kommt. Und zwar schreibt ihr, ihr Gewinner, einfach unter dieses Video, das ihr gewonnen habt. Zum Beispiel, oh, scheinbar habe ich gewonnen. Oder, oh, mein Schniedel ist gar nicht mal so klein, wie er aussieht. Und ich habe gewonnen. Das schreibt ihr mit eurem YouTube-Kanal, mit dem ihr auch beim Gifuway mitgemacht habt. Ich sehe ja dann den Namen und ich habe auch den Link gespeichert. Also, falls jetzt schnell jemand einen YouTube-Account macht und den genauso nennt. Der Link ist aber anders, Kinder. Deswegen kann ich alles nachprüfen. Ich will es nur an der Stelle nochmal erwähnt haben. Ja, ihr schreibt es einfach da rein. Und schreibt dann zusätzlich, da hinten dran, einfach noch euren Steam-Profil-Link. Nicht euren Trade-Link. Hört mir zu. Ich weiß nicht, wie es ständig passieren kann. Obwohl ich jedes Mal dazu sage. Nicht euren Trade-Link. Einfach euren Steam-Profil-Link. Falls ich schon ein paar von euch in Steam habe. Und ich weiß, das ist auch der Fall. Schreibt es bitte trotzdem. Es ist einfach halt diese Sicherheitsgeschichte. Einfach euren Steam-Profil-Link hier reinschreiben. Der nächste Skin ist die Sword of Limelight. Extrem dynamisch, das Teil. Ich weiß nicht, ob es einen dynamischeren Skin gibt wie diesen hier. Wobei ich ja schon gesagt hatte, dass Schrotflitten eigentlich nicht so dynamisch sind. Aber das Ding ist dynamisch. Gewonnen wurde die Waffe von... Ich muss die Liste kurz hochgehen. Kraftfisch 132 Lärdzeichen XD. Kraftfisch! Bist du der Kraftfisch aus dem Stream? Bist du es, Kraftfisch? Bist du es? Have fun with the gun! Der vorletzte Skin ist erreicht. Es ist die StatTrak M249 Nebula Crusader. Dieser Skin wurde von einem Herren gewonnen, der sich auf YouTube Zomka-Meister nennt. Zomka! Das ist das erste Mal, dass du hier einen Skin gewinnst. Du bist aber auch jedes Mal dabei. Nice, Zomka! Alter, oder was? Hoi! Amarena Kirsch! Amaka, Amaka! Viel Spaß mit diesem Skin. Ich war jetzt ein bisschen Bundala-Gamer und deswegen ist der Skin auch perfekt für dich. Und ich muss jetzt schon grinsen, wenn ich sehe, wer die erste Waffe gewonnen hat. Dieser Mensch hat vor 5 Giveaways, wie viel haben wir jetzt gemacht? 15 Giveaways, vielleicht sogar 20. Dieser Mensch hat schon mal eine Waffe gewonnen. Und sogar auch schon mal die beste. Die Scar 20 Cyrax. So wie sie hier ist, wunderbares Teil. Geht an... Bli1337! Bli, du Sack! Da gewinnt einfach schon wieder alles. Frechdachs! Glückspilz! Vogel! Naja, so weit, so gut. Bli, viel Spaß mit der Waffe! Du Alter! Richtig, nie fährt. Ich werde mich morgen direkt ans nächste Giveaway setzen, beziehungsweise eben die Waffendürfe raussuchen. Aber ich brauche etwas Zeit, weil gerade so viele Waffen noch am Verschwinden sind. Und ich die ja nicht doppelt und dreifach und hin und her. Rechne mit dem nächsten Giveaway also erstmal nächste Woche. So Mitte nächster Woche oder spätestens am Wochenende. Meine Standardvideos sind irgendwann von meiner Hauptseite verschwunden, dann werden die nicht mehr geschaut. Aber die Giveaways, da ist es völlig wurscht. Die werden geklickt ohne Ende. Deswegen stelle ich die immer meinen schwächsten Tagen online, weil die dann so oder so ultra reinhauen. Auch noch eine Woche später. Das ist der Trick, verstehe ich. Du musst halt auch schlau sein und nicht dumm sein. Weil wenn man dumm ist, dann ist man nicht schlau. Ciao.